So, wir haben heute den 13.07.2024 und ihr seht schon, ah, ich gehe auf die Regenbogenbrücke zu. Das bedeutet, ich besuche dort hinten den Flohmarkt. Ich kam ja gerade auf dem Weg nach Jena, habe ich bei Lidl angehalten, habe ich die neuen Starbus-Magazine mir besorgt und die Nintendo-Magazine, ach, in Nintendo, den Jago-Magazine besorgt, hu, ganz schön teuer. Mal gucken, ob es die schon hier gibt, aber nichtsdestotrotz werde ich jetzt mal schauen. Vielleicht gibt es was Interessantes, deswegen sage ich mal, bis gleich. So, für mich hat sich diesmal der Weg absolut nicht gelohnt. Alles nur Klamotten, Plastikspielzeug, was keiner braucht und so weiter und so fort. Also, für mich, wo ich was richtig stürmen konnte, war auf keinen Fall dabei. Ist leider so. Ich hoffe, es wird mir was. So, wie ihr seht, bin ich auf dem Rückweg zur Regenbogenbrücke von der anderen Seite. Es hat sich heute absolut nicht gelohnt. Es war nicht viel da, es waren sehr viele Privatleute, aber all das, was ich nicht so kaufen würde, sammeln würde oder sonst was. Da sehr viele Klamotten und so, all das hat sich nicht gelohnt für mich heute. Aber so kann es den einen oder anderen natürlich auch ergehen. Und deswegen vielleicht demnächst und tschüss. So, also, jetzt. So,.